Ich würde auch gern solche Abenteuer bestehen, denn ich wäre perfekt für die Wildnis. Du und Überleben in der Wildnis wäre wie Flo und ihr Versuch, unsere Spülmaschine einzurollen. Erstens, hab ich es dann doch noch geschafft und hab das Feuer selbst gelöscht. Zweitens, fordern wir supertaffen Mädchen, euch schnarchige Jungs, zu einem Überlebenswochenende in der Wildnis heraus. Wir campen! Abgemacht! Das Team, das zuerst den Gipfel des Bärenfelsen erreicht hat, gewinnt. Wer danach ankriecht, hat verloren. Aber ein großer, gigantischer, fieser Bär soll dich da oben herumtreiben. Ha, da hat einer Angst. Du bist doch selber einer, äh, du hast selber Angst. Ich und Klaus sind dabei. Bin ich das? Ähm, na gut, danke. Wir natürlich auch.